Wer bist du und was macht deine Firma? Hallo, ich bin Dagmar Rundhe von Rundemodeschmuck und hier in meiner Werkstatt fertigen wir hochwertigen Modeschmuck mit dem Gewissen etwas an. Dabei ist mir wichtig, dass jede Frau genau das Schmuckstück findet, was zu ihr passt und was sie schöner aussehen lässt. Mehrmals im Jahr besuche ich dafür Messen im In- und Ausland und informiere mich dort über die neuesten Trends. Angelehnt an Farbe und Stil der Mode entstehen dann meine Entwürfe für die einzelnen Kollektionen. Was bringe ich zu Gustav? Zu Gustav bringe ich meinen Schmuck, Ketten und Armbänder, die sich alle untereinander kombinieren lassen und somit immer wieder anders aussehen, ganz nach Lust und Laune. Was macht dich und deine Produkte besonders? Ich mag Mode und ich mag es mit Mode zu spielen. Mit Schmuck kann man sein Outfit immer wieder verändern und dabei neu erfinden. Ich liebe was ich tue und das macht meinen Schmuck besonders. Ich liebe es um die 16- consteltigte wähl advocacy. Ich liebe esbook, Sie ist eine Wachstund-Kating-Sang calendars. Ich liebe es diese 2 Jahren.